Hallo liebe LEGO-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kernen in Österreich und heute LEGO Dreams Set Nr. 71485, Matteo und Z-Blob, der Rittermech. Set Nr. 71485, 1333 Teile für 130 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Das Set ist am 1. August 2024 auf den Markt gekommen. Wann es vom Markt geht, wissen wir natürlich zum Aufnahmezeitpunkt des Videos noch nicht. Und wie bei allen Sets haben wir wieder verschiedene Varianten, wie wir dieses Set aufbauen können. Da gibt es allerdings einen Unterschied zu den anderen bisherigen Dreams Sets. Und zwar ist das Grundmodell hier sehr, sehr klein. Dafür haben wir dann allerdings drei Varianten, in der wir das Ganze dann bauen können. In diesem Video geht es allerdings nur hier um die Hauptvariant, die auch auf der Vorderseite der Box zu sehen ist. Einfach um das Video auch nicht zu lang zu halten und so weiter. Ich werde dann aller Voraussicht nach die anderen zwei Varianten auch nochmal bauen, aber nagelt es mich nicht darauf fest. Es ist immer so ein bisschen schwierig mit der Zeiteinteilung. Es kommen so viele neue Sachen raus. Da weiß ich immer nicht, ob ich das schaffe. Ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, lasst uns starten. Viel Vergnügen! Viel Vergnügen! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.